Hallo und herzlich willkommen zurück bei uns. Wir machen jetzt diese dumme Mauer auf. Hier mit Pinky, die Mauer muss weg. Ich sagte, die Mauer muss weg. Geil, man sprengt alles weg, aber die Kreuze, die sie an den Zeugen gemacht haben, die sind noch da und noch im Kack. Echt? Ja, die liegen hier. Achso, die liegen da unten. Genial, man sprengt die ganze Mauer weg, kein Rest übrig, aber das bleibt. Oh Gott, wo sind wir bloß hier? Oh nein, ich weiß, wo wir sind. Oh Gott. Ich weiß, wo wir sind. Ich fühlte, ich weiß es wirklich. Sind wir hier dann richtig? Also hier geht es nach unten? Oh ja. Und hier geht es auch in die Höhle hinein? Hier ist wieder, hier ist wieder von dem Rommodot. Schon wieder ein Armteil? Ja, es fällt doch nur die Beine. Ja, Beine und Körper. Körper habe ich schon. Die Beine fällt mir. Ich habe nur die beiden Arme. Was soll denn das? Lass mich raten, da ganz unten ist der, ähm, ähm, Ding. Äh, ich geh nicht weiter, das ist gruselig. Deswegen geh ich gerade zu den anderen zurück, ich hab nämlich auch Schiss. Gut. Sehr, sehr gut. Wuschel, beschütze uns. Ich bin versteckt, mich findet keiner. Nein, ich sieht keiner. Achso, wenn man dich nicht sieht und du jemanden siehst. Der Mann kreischt. Okay. Hey. Ist er da hinten in die Höhle rein? Ich glaube schon, ne? Oh mein Gott. Ich hab was Stammes gehört. Na. Komm zurück. Stimmt, wir haben doch auch eine Karte, oder? Hä? Ja, unter M. Rauschen. Stimmt. Na? Feischi? Ja, wo geht's jetzt hin? Zurück? Äh, oh mein Gott. Hepp. Hepp. Du springst da nicht runter, du bist dann tot. Guck nicht in die Richtung. Nein. Nein. Hat jemand was von runter springen gesagt? Oh. Nein, nicht runter springen. Nein. Nein. Nein, nicht springen. Gut, du's nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das sah so aus, als wenn er gleich runterrutscht. Ja, ja, ja. Ich gehe nur noch. Ich gehe runter. Okay. Oh, hier ist Farbe, hier ist die Stimmel. Riegel, ganz viele Riegel. Oh, geil. Oh, Riegel? Oh, geil. Oh, geil. Ich hab hier keinen einzelnen Riegel. Und weiter runter? Ciao. Oh nein. Ich glaub hier... Hier hast du ein Foto? Ich weiß nicht, aber ich glaube wir waren schon mal hier. Irgendwie. Oh, hier ist ein Foto. Mir nehm ich wieder drauf. Du weißt. Überholt. Aber stimmt, das ging ja irgendwie. Mit Sprinten. Ja. Ich höre noch mehr da strampeln. Hört ihr das auch? Ich höre nur Wasser. So. Kann man da nicht rüberspringen? Kann man da nicht rüberspringen? Dein Charakter ist ruhig. Dann hallo. 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 Nein. Oh. 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 Ich hab mich da auch nie zurechtgefunden, ne? Also ich könnte mir jetzt nie auf mich stehen. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Und jetzt? Können wir jetzt hier einfach runterspringen? Nee, ne? Nee. Nee. Wir müssen ja rüberspringen das Seil nehmen. Aber jetzt geht ihr doch wieder hoch. Und dann, äh, 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 äh. Okay. Okay. Hier, warte, äh, hier, da bei der Lampe ist die Ruhe. Da. Da müssen wir rüber. Genau. Da auf die Kante rüber. Können wir da nicht rüberspringen? Ja. Okay. Ah, ich tu es. Ich tu es. Ah! 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 Ja. Wir sind voll die Pros. Ich seh das doch kommen, dann verkack ich das im Fall. Ja, ja, ja. Und dann können wir dich nicht holen. Oh mein Gott. Ach ja. Man kann schneller. Rutschen! Oh Gott, es ist laut. Ja. Okay. Wir sind ja hier mit Stil. Okay. Hatten wir nicht hier schon. Guck. Ja, ja, wir haben jetzt schon wieder... Wir müssen mal wieder was zu essen finden oder so. Ich hab schon ein paar Bock auf so ein paar Snicks, so. Mhm. Iiii. Ich bin in Pinky drin. Iiii. Hörst du mal auf, in mir zu sein? Gott. Ich wär fast runtergefallen. Ja, nicht nur du. Gut. Teddy, mach dich mal weg. Mann. Mach dich nicht so fett hier. Mann, 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 Mann. Oh, guck mal hinterher. Können wir doch durchgucken. Oh, guck. Oh, dahinter ist was. Ich geh hier. Tschüss. Da gehen wir jetzt hin. Oh. 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 Äh. Oh. 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 Warte mal, waren die nicht hier auch hier unten und haben uns getötet? Ich weiß es nicht. Oh, ich hab jetzt echt... Oh nein. Wir müssen jetzt was. Müssen wir jetzt ernsthaft da unten tauchen? Ich hab den Weg und sie will tauchen. Oh, ist wie... Oh, oh. Was... Was... Was machen wir jetzt? Okay, sie will tauchen. Oh mein Gott. Kommt sie wieder hoch? Oh mein Gott. Ja. Ich hab... Ich hab... das Skantana schon mal draußen. Ich auch. Hier hat man wieder ein Bildchen. Kein Foto da drin. Oh. Ungemütlich. Es wird da oben ungemütlich. Ah, und speichern kann man hier auch, Leute. Nicht vergessen. Speichern. Okay, ich speichere vorher, bevor ich mich da mit rein einmüttel oder da oder so. Ich helf dir, Buschel. Oh. Das hab ich ja gar nicht gesehen. Die ging grad runter, wo ich den niedergestreckt habe. Ah, okay. Ich hab den letzten Schlag gemacht und dann hab ich ne... Ich hab ja erst gespeichert. Ähm... Genug noch alle zum Heilen? So? Ja, ja. Oh, ja. Ja, ja, ja. Hast du... Braust du... Braust du... Okay, hast du, hast du. Hast du. Sehr gut, sehr gut. Okay. Hier gibt's Medis. Hier gibt's Medis. Und... Snacks. 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 Ganz viel Snacks. Yum, yum, yum. Futter! Es ist nicht ganz im Korn, wo was für einen ist. Okay. Biss mal da durch. Du lass mal meine Muschel in Ruhe, du Blödmann! Heile. Okay. Ich höre noch mehr. Ich höre Babys. Aha. Ja, aber das sieht noch nicht... Doch, da kommen wir... Und, und, und du Muschiklaus! Oh ja. Da ist was. Ich hol den Boden raus. Ja. Ich bin hier oben. Hier kannst du mir nix antun! Höh! Ich bin hier draußen. Ich bin hier draußen. Sag du, Biosi, kann mir doch was antun! Ich muss mich erst mal hier verstecken. Ich bin einmal getroffen. Oh mein Gott, ich brauche mir die. Oh, Gott sei Dank habe ich alles dabei. Was? Sie ist so gute Kombination. Ja, ich würde das eigentlich gegen das Ding werfen. Aber das ist irgendwie wieder weg. Ist sie immer noch da? Ja, natürlich. Muschi! Komm zu mir! Dann, mit dem Kuschel! Nette Babys sind auch da! Babys! Oh mein Gott! Sogar ganz viele Leute! Ich bin hochgesprungen. Oh, guck, guck. Sehr gut, Teddy. Sehr gut, sehr gut. Weiter so. Ich schieße sie ab. Ja, komm. Noch einmal. Noch mal. Wer drückt mich denn da? Alter, wie unendlich stark ist denn das, Baby? So, was hat mich jetzt hier... Sein Ernst? Von hinten hat es mich angegriffen, das Baby. Leco mio. Guck mal, der geht einfach an mir vorbei. Das ist unendlich. Ist los, Lene. Oh mein Gott. Guck mal, die Rauten vor mir ab, ey. Kommen wir mal her, hier. Die hat Angst. Und jetzt hat er wo sie. Ich komme hier mit Pfeil und Bogen. Das war's. Ja. Wer brennt? Was ist denn nun los? Nee, ich, weil ich angezündet wurde von euch. Ich bin auch. Scheiße. Wo denn? Ja, ich komme. Wo denn? Hey. Lass den JD in Ruhe. Lass ihn in Ruhe. Ich bin auf. Ich habe mich so erschrocken. Dann ist der da hinter dieser Holzwand. Noch einer. Oho. Schuss, schuss. Gut. Hey, jetzt ist auch noch welche. So, warte mal. So. Ein bisschen Rüstung anlegen. Stirb endlich. Mann, lass meine Freunde in Ruhe. Da ist noch einer. Irgendwo. Hey. Ah, das Baby. Du Lümmel. Das ist dieses Baby, was du spürst, ey. Ich guck dir das an. Popo voll kriegst du von mir ab. Popo voll. Wo denn? Wo ist denn das Baby? Das stirbt nicht. Ehrlich jetzt. Hä? Stirb endlich. Baby, stirb. So was sagt man nicht, aber in dem Fall schon. Ist das so. Werfst du mir? Hey, wursche. Ich stirb nicht. Guck. Ihr lebt immer noch. Ja. Danklos wie ich. Oh, Essen, ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Das war's. Das war's, Baby. Ja. Du bist tot. So, nun? Wo geht's jetzt lang? Daddy ist dahinten? Daddy, was ist dahinten? Das ist jetzt noch nichts interessantes. Ach, hier, komm! Hier, guck mal, hier können wir da runter. Ich weiß, ich weiß nicht, was da unten ist, aber... Juna? Äh, keine Ahnung. Ich war doch Bescheid vor ein bisschen. Ich höre irgendwie immer noch ein Buch. Ach, die sind unendlich Sterbende. Ja, 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 ja. Unsterbliche. Babys, kämpf es nicht! Jetzt wird finken. Was? Ich bin doch da. Guck, guck, hier bin ich's. Ja, ja. Na, hier geht's runter. Stimmt, hier ist Licht. Seid ihr noch da? Seid ihr hinter mir? Ja. Nee. Gut. Lüge nicht, Daddy! Ich hab dich gesehen! Schlingel, du! Oh. Okay. Wuschel ist da oben. Wuschel. 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 Was da leckeres hier? Wasser. brasierzeckier. Alkohol. Eierhol! Oh geil! Oh! Eierhol. Kann man auch trinken! oder ich mache Leute! Was denn? Was denn? Hier ist der Bogen. Ehrlich? Ja. Okay, warte. Den Bogen. Den Bogen. Wo denn? Hier. Und ich kann sogar die Pfeile wechseln mit R, wenn ich runtergucke auf den Bogen. Jetzt, Moment mal, der ist an dir abgepfeilt. Ich habe hier keinen... Ich habe den normalen Bogen, aber den anderen Bogen habe ich nicht. Ja, müsste der genau vor mir liegen jetzt. Nein. Ah, da, da, da war er. Hier, hier, da in der Ecke. Geil, wir haben den Bogen. Wir haben den Bogen. Oh yeah. So, dann müssen wir jetzt auch wieder speichern und gehen. Die Folge beenden. Weil ich dann ist eine gute Idee. Ja, das ist im... Ups! Nein! Das war das Falsche. Da. 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 So. Gut. Okay, meine Lieben. Wie es dann in der nächsten Folge weitergeht, das sind wir dann. Und ich würde sagen, bis dann. Ciao! Ciao!